Ich finde, Sprachenlernen ist total bereichernd, weil man andere Kulturen irgendwie dadurch näher kennenlernt und weil man durch eine Sprache auch eine ganz andere Perspektive auf andere Länder bekommt. Und ich finde, es macht einfach Spaß, auch andere Sprachstrukturen kennenzulernen und andere Grammatiken. Genau, und es macht einfach Spaß. Ich denke, dass ich Sprachenlernen lernen kann, wie man mit anderen Menschen kommunizieren kann. Ich spreche drei Sprachen sehr gut und zwei Sprachen etwas besser. Ich liebe es sehr viel. Ich habe die Sprache schon immer in der Schule in der Schule. Und warum? Ich habe die Sprache sehr gut und vermutlich nur das Besteckt. Ich finde, es ist sehr gut. Es ist sehr schön. Ich finde, das ist sehr unter anderem. Es hat sich sehr ausgedämpft, dass ich mit vielen Leuten kommunizieren kann. Und ich liebe es sehr viel. Ich liebe es gerne. Ich liebe es, aber ich bin die Sprache für die Sprache, ich bin nur die Sprache für meine Sprache und die Sprache und die Sprache. Aber ich bin alleine, weil ich bin die Sprache, die Sprache und die Sprache verstanden. Ich bin sehr gut. Nicht so ganz, aber ich finde es voll wichtig sprachen zu lernen, weil es einfach, auch wenn man hier auf Besuch ist, es ist toll sprachen zu können und zu verstehen und Sachen zu lesen und man ist nicht ganz verloren, sagen wir es so. Molto, perché mi da la possibilität di conoscere più persone, più culture, in più paesi. Yes, I love because learning languages opens new gates for other countries and you become universal. Perché mi permette di conoscere bene la cultura del paese di questo emprarando la lingua? Mul on alati võõrgeeled meeldinud. Ja miks? Selle pärast, et keeled annavad meile justkui võtme teise kultuuri. Ja see on alati hästi põnev. Si, el problema es, et no le dedica mucho tiempo en mi vida, pero si. A mi no, nunca se me da bien, pero bueno, yo por trabajo y tal, sí que le uso más, sí que le dedica más tiempo. E' abbastanza, tra l'altro ho studiato il liceo linguistico, penso che e' molto importante sapere le lingue, mettersi in contatto con persone prevalentemente da tutto il mondo, oltre dal punto di vista lavorativo.